Also, dann können wir ja noch mal kurz über unsere Auswärtsfahrt reden. War auch sehr, sehr funny, Freunde. Also Lauter hat echt Spaß gemacht. Am Freitagabend rufte mich ein gewisser Herr NoHuntGarming an von wegen, Bruder, ich kann nicht, Wallah, ich kann nicht fahren mit Auto. Ich kann nicht fahren. Und ich meinte, komm, mein Sohn, komm in unsere Bahn. Ich habe ihm unsere Daten geschickt. So eine Mann hat zugesagt. Ich habe noch einen Zug gebucht. Ich wollte eigentlich einen Tag vorher schon nach Lautern am Donnerstag, Freunde, mit dem Auto, weil Schmitzi wohnt ja in Lautern, noch einen Tag mit ihm verbringen, einen trinken und dann zum Spiel gemeinsam. Ist leider was Privates dazwischengekommen, deswegen konnte ich nicht fahren. Und habe mich dann dazu entschieden, mit den Jungen im Zug zu fahren. Ich hin und zurück Zug 200 Euro bezahlt, weil ich einen Tag vorher gebucht habe. Samuel hat hin und zurück 95 bezahlt. 91. Aber auch teuer. Der andere Dude im Zug hat 60 bezahlt. Ja, genau. Wenn du sofort gebucht hättest, bevor überhaupt die Tickets raus sind, also dass sie zum Verkauf sind. Erst ab dem Zeitpunkt, wo die zum Verkauf sind, dann geht es erst komplett durch die Decke, weil dann fangen die alle an zu buchen, weil die wissen dann, ich habe eins bekommen auch, weil keiner kauft ein Ticket für die Bahn ohne einen Zug. Aber sind wir in die Bahn eingestiegen, 5 Uhr 30. Du Hauptbahnhof schon vorher eine Station. Wir sind dann später dazu gejoint, Südkreuz und dann ging es los nach Lautere und ja, war eine funny Situation in der Bahn. Wir natürlich, man connectet sich sehr schnell mit den Herthanern im Zug. Man findet einen Spot. Haben uns da hin platziert und ein bisschen Stimmung gemacht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist der Ventilator im Computer. Da kommt manchmal ein Kabel einfach gegen und dann macht es kurz so Aber das Kabel kommt von wo gegen? Im Computer. Das hatte ich früher auch schon manchmal. Ach so, okay. Das klang während... Weil da fließt ja heiße Luft durch und dann bewegt dieses manchmal wahrscheinlich anderes das Kabel und dann kommt es so kurz so. Wie wenn du an so einen Ventilator kommst. Ja, ja, ja. Macht doch vom Geräusch her Sinn jetzt, wo man darüber nachdenkt. Genau, in der Bahn ein paar Homies gefunden. Auf denen, auf Chillig, sind zu 8 dann gewesen, glaube ich. So ungefähr 8, 9 Leute, 10 Leute. Ja, 2, 4er besetzt und im Gang standen noch 3 Leute. Standen noch so im Gang, so classic, dieser erst mal Benji wird irgendwo gesehen in der Hertha. Ey, Benji! Ja, vor allem nach dem Haus V-Vlog. Vor allem nach dem Haus V-Vlog. Da kamen echt viele, ne? Jetzt ist die und meinten, ey, geiler Vlog und so auf denen. Sehr nice. Und ja, dann haben wir uns natürlich mit den Leuten da connected. Bisschen... Ihr wisst, Bahnfahrt Morgens, ja, da sind ja auch normale Menschen unterwegs in der Bahn. Vor allem Samstagmorgen nach so einem Wochenende wieder nach Hause fahren oder so, ne? Von irgendwo aus Berlin nach irgendwo hinfahren, ja? Da macht sich natürlich nicht jeder die Mühe, um zu gucken, ob denn da ein Zweitligaspiel ist in Lautern oder irgendwo, dass man gestört werden könnte. Auf jeden Fall waren wir nicht im Ruhewaggon. Das heißt, also wir haben dementsprechend auch... Ihr wisst doch, wie es ist. Ach, ein bisschen Stimmung, hier und da wird mal gesungen. Hertha und der KSC, Hertha und der KSC, die Freundschaft. So auf denen, ne? Zwischendurch ein bisschen. Auf einmal, man hört wirklich von hinten so eine richtige Karin. Ja, ich sag mal deutsch war eine wirklich Karin. Das ist doch schlimm an einem Karin. Sag doch einfach so eine richtige Klimakleberin. So eine richtige Sabine, Digga. Biene. 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 Ihr alte Biene, ey. Ihr seid hier nicht alleine. Kommt wirklich so. Genau so, Alter. Sie sagt nicht einmal nett so, hey, könnt ihr vielleicht ein bisschen leidern. Ihr seid hier nicht alleine im Zug. Ihr seid hier nicht alleine. Nö. Kommt so, irgendwann, wir sind schon so, 20 Mal kommt Gefühl, Security rein und raus. Wir sind so gefühlt so. Aber Security hat nicht mal was gegen uns gesagt. Nein, die waren doch mal entspannt. Die sagten nur so, ey, an alle, die jetzt hier im Gang stehen. Genau. Setz euch mal bitte so, von wegen, es muss frei bleiben. Aber hat nicht so gesagt, dass wir leise sein sollen. Weil wir haben, und natürlich, ey. Man redet. Man redet über zwei Tische und natürlich sind wir nicht so, dass wir leise reden. So, ihr wisst. Wir waren auch natürlich ein bisschen alkoholisiert. Die. Ja, Sabine trinnt ja kein Alkohol, außer es ist in Schotten oder Irland. Und hat man sich natürlich ein bisschen lauter unterhalten. Und sie hat sich halt direkt beschwert. Aber nicht so nett, sondern wirklich so auf diese Art und Weise. Fünf Mal, sechs Mal. Was erwartet man? Also ohne das jetzt irgendwie gut sprechen zu wollen, von wegen so, ja, okay, wir hätten auch einfach sagen können, oh, tut uns leid. Aber finde ich, wenn man so schon antwortet, so schon fragt, fragt würde ich, was dann wohl für eine Antwort kommt. Vor allem, wenn es noch Fußballfans sind, die schon um fünf Uhr morgens einen Kasten Bier kennen, zu sagen, was kommt dann für eine Antwort? Verpiss dich und so gefühlt. Irgendwann schon so fange. Und dann ist sie so, sie redet wirklich, sie kam wirklich beleidigend an. Das erste Mal war nicht verpiss dich. Nicht das erste Mal. Nee, sie, sie, sie kam direkt mit einem beleidigenden Ton an, so wie sie geredet hat und so. Und dann, und ihr wisst doch, wie man redet, man unter, unter Sports, da kommt, da fällt da mal, also so, ne, diese Wörter fallen einfach so, bisschen hier und da. Die fallen einfach so, ist das so? Natürlich fallen die einfach so, Decker. Ist doch klar bei Fußballfans, du hast gar keine andere Wahl, du musst so reden dann. Dann reden wir nicht so freundlich. Nein, ich meine nicht sie. Man redet untereinander, als ob man sie wirklich mit einem F-Wort beleidigen will. Aber man redet halt, die Wortwahl, die man hat, ist in einem Fußball. Natürlich, ist Assi-Wortwahl einfach so, ja. Ist einfach so, man sagt halt, wie wir beide jetzt reden, ohne Ausdrücke, so redet man nicht. Man redet einfach so, wisst ihr, so, Fußball-Talk als auf denen. Ne, das meine ich damit, ne? Nicht, dass wir sie jetzt direkt mit dem F-Wort beleidigen wollen. Deswegen habe ich mich gewundert, weil so war es ja nicht. Nein, 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 kein einziges Mal haben wir sie. Erst vielleicht, als sie weg war dann irgendwann. Aber, gut, worauf ich hinaus wollte ist, auf jeden Fall hat sie da so viel Krawall und Remy-Demy gemacht und wir haben dir auch irgendwann halt auch noch verarscht gefühlt. Ja, weil sie kam, es reist doch jetzt mal hier. Sie schrien auch richtig so. Ja, und dann kam halt so, setz dir doch Kopfhörer auf oder sowas. Weil kein anderer in den Zug hat sich beschwert, keiner. Ich habe noch sogar mit anderen noch so Witze gemacht, so, beschwert euch doch auch jetzt und so. Kein anderer hat sich beschwert wirklich, ne? Ja gut, weil die auch einfach Angst haben. Ich sage es dir, wie es ist, wenn ich da jetzt sitzen würde und es würde mich richtig stören, dass sie laut sind, die Fußballfans, ich würde mich trotzdem nicht beschweren, weil ich wüsste, dass da nur Proll und sonst was zurückkommt. Entweder du weißt, wie du dich mit denen so unterhalten hast, mit den Leuten auch so, dass auch die gesoffen haben so, dann kannst du es machen oder du lässt es halt, ja? Und die Security kam dann auch schon zwei, drei Mal und hat nicht einmal gesagt, dass wir irgendwie aufhören sollen, dass wir die Fresse halten sollen, dass wir rausfliegen sollen oder sonst was. Wir haben dann zu Security gesagt, ey, gib dir doch ein Erste-Klasse-Upgrade. Die meckert hier nur rum. Gib dir ein Erste-Klasse-Upgrade und sowas. Und was haben wir geschafft am Ende? Sie hat ein Erste-Klasse-Upgrade gekriegt. Am Ende hat sie wirklich ihr Erste-Klasse-Upgrade bekommen und da waren wir auch so, Leute, ihr müsst euch beschweren und so, dann kriegt ihr ihr Erste-Klasse-Upgrade. Sie geht noch so mit ihrer Tasche nach vorne und ich sag so, na dann eine schöne Weiter-Watt. Ich steig nicht aus. Ich geh in die Erste-Klasse. Wirklich, Digga, die war so eine unsympathische Olle, Digga, unglaublich, wirklich. Also auch eher, bevor ich Stress mit irgendjemandem anfange, nur von dem Typ her, wie ich drauf bin, so, ne, es gibt ja öfter Situationen so, äh, dass man, dass man einfach einen zurücktreten muss, so einen zurückstecken muss. Digga, dann geh ich woanders in einen anderen Waggon, Digga, als ob nicht genug Platz war in diesem Scheiß-Waggon. Geh in den Ruhebereich, ne? Geh in den Ruhebereich, geh irgendwo hin, als ob irgendjemand irgendwas ist. Jetzt sind wir ja nicht mal todesvoll, der ging voll klar. Der ging voll klar, tatsächlich, ja, tatsächlich. Und, naja, hat sie Glück gehabt, dass sie nicht aus Versehen in diesem, in dieser Bahn gelandet, wo noch mehr Szene gewesen wäre. Wir waren ja schon eine später. Ja, wir waren ja schon, wir waren, wir waren eigentlich alles Jugendliche zwischen, zwischen 20 und 30 waren wir alle. Ja, dass wir noch einfach als Jugendliche uns zählen. Digga, du bist ein Erwachsener, du bist fast 30. Es gibt auch, wie die Älter sind, die richtig gesprollen sind, die sagen, halt die Fresse, du Hurentochter. Sowas könnte ja dann auch kommen, so bei diesen richtigen Haaren. Aber was hat es mit Alter zu tun? Ja, ich glaube schon, dass manche Älter nicht länger dabei sind. Ich glaube, es gibt auch 18-Jährige, die so reden. Ja, hundertprozentig. Aber guck mal, einfach mal daneben, dann kam eine Mutter mit ihrem Kind rein. Ja. In den Waggon. Ja. Und dann haben wir direkt gesagt, Jungs, jetzt unterhalten wir uns mal ohne diese Wörter und sowas. Zehn Liegestütze, wer Beleidigung sagt. Genau, es hat auch fünf Minuten gefunktioniert. Fünf Minuten hat es geklappt. Die sind schnell ausgestiegen. Die sind in Frankfurt, eine Station sind mitgefahren. Aber die waren voll lieb, die haben auch gelacht und so auf den, als ob man vor allem nicht mit uns reden kann. Aber wenn du dumm kommst, dann kommt natürlich dumm zurück. Aktuell Reaktion. Auf jeden Fall sind wir in Lautern angekommen. Zwölf Uhr zehn waren wir in Lautern. Fünfzig Minuten vor Spielbeginn. Ja. Früher als geplant. Wir dachten jetzt, wir kommen bis zwölf Uhr dreißig an. Wir haben das früher in Mannheim gekriegt, wo auch schon sehr viele Erdta-Fans waren. Ja. Und sehr, sehr cool sind mit der S-Bahn aus Mannheim nach Lautern. Da kam auch der ein oder andere Lautern-Fan dann rein. Aber es war alles chillig, ne? Alles chillig. Derby. Wir haben uns unterhalten, haben ein bisschen gesungen, ein bisschen getrunken. Bisschen dies, bisschen das. Ja, war funny. Bisschen dies, bis dann ins Stadion, ans Stadion oder besser gesagt zum Bahnhof. Vom Bahnhof läuft man dann noch, keine Ahnung, 15, 20 Minuten bis zum Stadion tatsächlich hin. Direkt den Berg hoch. Richtig geile Anbindung auch. Also du, endlich mal auch eine Stadt. So, du kommst zum S-Bahnhof oder zum Bahnhof an und du läufst einfach direkt zum Stadion. Und das ist easy. So, geil. So, ne? Vollkommen chillige Nummer. Nicht nochmal eine Stunde Fahrt. So, Rostock nochmal in den Bus einsteigen. Shuttle dies, das. Shuttle dies, das. Genau, da richtig schön. Diese Stadt ist einfach Fußball. Zum Stadion. Habe ich ja schon bei Levinson, bei Niklas Abi ein bisschen, wie sagt man, geschwärmt von Wahnsinn. Also wirklich laut an, ihr habt eins der geilsten. Für mich ist gerade Ranking, zweite Bundesliga-Ranking auf eins. Stabil. Safe sogar, ne? Böses Stadion. Richtig geiles Stadion. Wirklich. Also, ich habe es damit gerechnet, weil alle schon das Stadion so gehypt haben. So, aber dann als Vergleich, San Siro, riesen Hype, fand ich dann gar nicht so geil da drin. Voll eng gewesen alles, voll, ne? So, gar nicht so geil irgendwie dann gewesen. Dieses Gala-Stadion finde ich auch noch sehr, sehr krass für ein Fußballstadion einzubringen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, Anbindung und Eingänge jetzt nicht so top, aber... Ja, ja, aber gut, da ist doch der ganze Autobahn-Dings, eigentlich ist die Anbindung auch nicht kacke. Du kommst da gut hin. Wie war denn danach, nachdem wir angekommen sind, seit den Lautern, wir haben uns ja dann getrennt. Ich bin ja mit Schmitzi getroffen. So hochgelaufen. Was war bei euch? Hochgelaufen. Kontrolle hat halt übelst lange gedauert, bis wir reinkommen sind. Es war ein bisschen fuck-up, aber dann sind wir relativ... Die kontrollieren schon sehr streng dort, ne? Finde ich. Ich dachte auch, aber... Ging durch. Alles geklappt, alles rasiert. Wir hatten keine Probleme, was das betraf. Also einfach nur reingehen. Wir haben ja keine illegalen Substanzen dabei. Ihr habt doch den Weihnachtsbaum mit reingenommen, oder? Ich habe den Weihnachtsbaum gehabt und meine Wellensteine, da passt auf jeden Fall auch einiges rein, deswegen ich hatte ein paar Äste und so. Nein, es war... Jeder hatte ein Äste einfach dabei. Es ging alles clean. Es war ein sehr nicer Auswärtsblock auch. Fans waren gut drauf, Herr Tana waren gut drauf. Wir waren sehr viele da. Ich glaube, neun Busse aus Karlsruhe, die auch kamen, Herr Knaas, wissen wir das? Es waren tausend Karlsruher oder so? Also es waren auf jeden Fall... Es waren, glaube ich, um die tausend Karlsruher dabei. Von den... Wie viel? Sieben, sechs K? Wie viel fünf K? Wie viel waren wir hier? Vier, vier K? Ja. Sehr stark auf jeden Fall, wie viele angereist sind, wie viele Herr Tana. Sehr cool. Ja, Leute, die wir dort getroffen haben. Ich wurde ja auch, so wie du... Man wird ja da halt einfach hier und da öfter erkannt, so. Alle mega korrekt, alle freuen sich immer auch nur. Also auch da... Gute Vibes. Ja, also bei Union, bin ich mir sicher, da freut sich jetzt keiner über mich. Aber sonst kommt man eigentlich schon immer gut klar mit den Leuten. Man redet eh, dann ist eh alles aufgechillt. Und Stadionerlebnis, Dicker, was soll ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Wir liegen 1-0 hinten, 45 Minuten. Reze, Tabakovic und Gustav. Wer ist noch rein? Ne, nicht Gustav. Wer ist als drittes rein noch? Ich brauchst du nicht fragen, ich hab die Hälfte vom Spiel verpasst. Reze, Tabakovic. Präwerk nicht? Nein, Präwerk war schon drin und Präwerk hat gestartet. Reze, Tabakovic und noch ein, allein irgendein wichtiger Spieler auf jeden Fall. Äh... Ist Christensen reinkommen da? Oder ist Christensen runtergegangen da? Es war der... Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht, du hast recht. Christensen und... Ja, genau, doch, dann hab ich ja Christensen gesagt. Christensen, Tabakovic, Reze, McFreezy rein da und dann läuft der Laden. Buchalakis. Nein, der ist nicht zur Halbzeit rein, der ist ja später rein. Ja, aber er ist auch reingekommen. Ja, ja, ja. Also eingewechselt wurden Buchalakis, Bilal, Hüseyin, Famigrese, Tabakovic und Christensen. Genau. Wilde Nummer, gutes Spiel, sehr geile Stimmung, hat richtig Spaß gemacht. Ja, die Lieder haben Bock gemacht, alles hat Bock gemacht. Fallrückzieher, Tordicker, man hat seine Augen... Hast du es gesehen? Ja, ich hab's richtig gesehen, wie der Ball so... so richtig in diesen Dreierangel so reingeflogen ist, Ticker. Wir waren schon wieder... Die Ekstase, die wir zurzeit erleben dürfen, ich bin so dankbar. Oh mein Gott, Mittwoch, also erst mal Elversberg letzte Woche, danach HSV, da kam man ja schon... Da saßen wir um zwei Uhr nachts noch und dachten uns, Ticker, was... Mit was werden wir hier belohnt gerade? Was haben wir getan? Was ist mit unserem Leben los hier gerade? Wieso macht so Spaß auf einmal alles, ja? Ja, und dann noch auf lauter... Also natürlich, wie Niklas sagt, die rote Karte, big time eine Rolle gespielt hat. Hab ich auch gar nicht mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen, ne? Dass du überhaupt gekommen bist dazu. Gelb und danach ist er nochmal... Also gekommen und runter. Also hat ihn nochmal mit VR dann runtergebrochen. Ich hab mich auch die ganze Zeit mit den Leuten neben mir unterhalten halt. Das war so keine Ahnung. Ja, ich hab auch gesehen, in deinem Vlog hab ich auch gesehen, wie viel du aufs Spiel geguckt hast, egal. Da war gar nichts gefühlt. Einmal da links, einmal da rechts gleichzeitig. Auch so der Banner. Du liest so diesen Banner vor, dann du vergisst so unten, da steht, sonst brennt der Baum, stand da unten. Sonst brennt, voll funny auch. Sonst brennt der Baum. Du so, nur so, diese oberen... Nee, da stand nur so, sonst brennt der Punkt, Punkt, Punkt und Pfeil da runter waren wir drauf. Ja, okay, so. Aber das hast du auch nicht gesagt. Hast du nicht gesehen, ne? Genau, ne. Aber sehr funny. Auch wie die den Baum geschmückt haben in der Halbzeit, sah so lustig aus. Einmal so, die ganze Zeit zugeguckt, sah so funny aus. Einmal, es war einfach alles sehr geil. Auch danach, wilde Stimmung. Also, du weißt doch, auswärts, wir fahren nicht so oft happy nach Hause, ne? Das ist halt einfach Fakt. Wir kommen da raus. Dicker, Kapo steht vorne. Alle Leute drinnen in diesem Raum, wo man halt so, wo man hier, wenn man ins Stadion reinkommt, so... Zwischenraum. Zwischen Raum, genau. Zwischen Stadion. Zwischen Stadion und einfach so Innenraum vom Stadion, genau. Alle Herthaner dort komplett am Pogen. Wirklich nochmal 30 Lieder gefühlt dort gesungen. Richtig abgegangen. Hat richtig Spaß gemacht, Alter. Alles top-notch. Auch alle sagen, es macht einfach nur Spaß gerade zur Zeit. Es ist einfach nur geil. Und ja, hoffentlich können wir diese Energy nochmal mitnehmen für Osnabrück. Because the job's not finished. Halbzeitpause gibt's erst nächste Woche. Ungeschlagen ins neue Jahr zu gehen wäre schon Sex. Ungeschlagen. Also wenn wir wirklich gegen Osnabrück gewinnen können, dann haben wir einen perfekten Dezember. Also wirklich alles gewonnen. Das ist crazy. Ja. Und Gewinnermentalität ist gerade so ein bisschen gekommen bei Hertha. Hat man so das Feeling. Die geben nicht auf. Auch die Fans geben nicht auf. Es ist einfach nur W. Also auch wir, wenn wir jedes Mal zurückliegen, kommt auch immer die Ansage von vorne. Die geben nicht auf aus dem Platz. Also gebt auch nicht auf. Keiner lässt jetzt hier den Kopf hängen. Weil unsere Jungs fighten auf dem Platz. Die lassen da alles liegen. We fight and win. Nein, tatsächlich. Das war sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Erfahrung. Natürlich dann erst um zwei Uhr zu Hause zu sein. Aber immerhin am 7 Uhr zu Hause. Ja. Und du hast dann halt so im Endeffekt dann so 15 Stunden Distanz. Also du bist nur unterwegs für 90 Minuten. Das ist schon eigentlich immer crazy, der Gedanke. Aber was man halt alles drumherum noch erlebt, macht es absolut lohnenswert. Es war mega stark für mich eine WWW-Woche. Ja, 13 Uhr ist schon eine taffe Zeit. Trotzdem finde ich für so eine weite Auswärtsfahrt. Das ist schon krass. Jeder hat das mal, ne? Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass Hertha das ab und an häufiger hat. Wieso? Wir hatten auch schon ein paar Topspiele. Letztes Jahr hatten wir auch schon sehr, sehr viele Kackzeiten, Alter. Ja, aber wir sind ja auch Kacke. Also letztes Jahr gewesen. Dann kriegst du doch keine Topspiele-Ansetzung. Auch, oder? Also du musst ja auch schon irgendwas. Ich glaube, Hertha-Schalke war letztes Jahr Top-Ansetzung. Das haben wir mal 18.30 Uhr zu Hause geguckt. 17.30 Uhr. Doch. Auswärts war es kein, war es ein Freitagabendspiel. 20.30 Uhr. Stimmt. Zu Hause war es Samstagabend, weiß ich noch, Kanga. Richtung Kurve, wie er da gekommen ist. Dieses Freitagabendspiel in Schalke war auch hart. Ja, für mich war es auch auf jeden Fall ein geiler Tag. Ich habe mich ja dann am Bahnhof von Sabri und Niklas verabschiedet. Beziehungsweise von Niklas weniger. Den habe ich nicht mehr gesehen an dem Tag. Der hat auch schon in drei Richtungen geguckt. Und hat mich dann mit Schmitzi getroffen. Und ich stehe halt oben schon am Stadion. Und ich rufe und sage, Schmitzi, wo seid ihr? Ja, komm runter in die Stadt. Wir sind da. Und ich denke, das spielt doch gleich los. Ja, 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 ja. Treib uns gleich. Haben uns getroffen. Sind ganz entspannt hochgelaufen. Sind noch in den Lottoladen gegangen. Die einen haben sich noch die heiße Sieben für zwei Euro geholt. Das habe ich gesehen. Und die kassieren auch so. Wir wählen noch zwei Euro. Ja. Oh Gott, ist entspannt. Haben sich noch die einen oder anderen da noch was gekauft. Dann sind wir entspannt hoch zum Stadion. Merken schon so, ja, in neun Minuten geht es los. Wir haben noch bestimmt 15 Minuten zu laufen. Sag ich mir erst mal, Digga, ich fahre so lange an und komme dann deswegen, weil ich mich mit denen noch kurz vorher treffen wollte. Zu spät wie unnötig. Weil ich mich nach dem Spiel eh mit denen treffe. Auf jeden Fall, ich will rein in den Eingang. Falscher Eingang. Muss einmal komplett ums Stadion laufen zum richtigen Eingang. Ich war direkt neben dem Gäste-Eingang. Hinten musste ich rein. Also auch hinterm Stadion da. Und ja, war dann drinnen. Gerade gehe ich in den Stadionbereich, wo die Snacks und sowas verkauft werden. Hör ich so, ja. Ah, ja, ja, ja. 16 Minuten, 1-0, Lautern war schon das. Auch das Eichwalt-Tor vor allem. Also war auch ein krasses Tor. Ich dachte schon so, ja, Digga, geil, Alter. Stabil, Bruder. Geht gut los hier. Stabil. Hol ich mir erst mal ein Bierchen. Hab dann ein Bierchen an den Stand angesteckt. Gibt's heute Alkohol? Und die guckt mich an wie ein Auto. Also wird heute Alkohol verkauft? Die so, ja, wir haben Bier. Sagst du, ich dachte, es gibt's heute nichts. Doch. Und ich bin natürlich erst mal ein Bier gesnackt. Und ab auf meinen Platz. Irgendwie weiter oben. Platz war besetzt. Da dachte ich mir, okay, geil. Vierte Reihe war was frei. Neben so ein paar Typen habe ich mich da hingesetzt. Die waren richtig korrekt drauf. Aus Heilbronn. Hertha-Fans. Die haben das dem Kumpel zu... Also die waren nix Fan so eigentlich. Aber dem Kumpel, der war Hertha-Fan. Geil. Und die haben das dem zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, die waren auch alle schon besoffen. Haben Vollgas mitgegeben. Haben das gefeiert. Und sowas. Und ja, hab dann halt da das Spiel mir angeguckt. Hab mir dann irgendwann... In der zweiten Halbzeit dachte ich mir, okay, jetzt noch was snacken. Hab mir einen Burgy geholt. Einen Burgy-Gate. Einen schönen Burgy geholt. Und ich glaube, es war sogar zur Halbzeit oder sowas. Glaube ich, weil da war es ziemlich voll an der Schlange. Ja, es war zur Halbzeit, dass ich mir den Burgy geholt habe. Aber man steht ja mal ein bisschen an. Und dann drinnen. Und ich guck dann erstmal weiter. Guck das Spiel und so. Bisschen gefilmt. In die Menge. Bisschen geredet. Blablabla. Und dann so, okay, check ich mal den Burgy ab. Mach den Burger auf. Konzentriere mich voll auf den Burger. Fällt das Tor für Hertha. Ich krieg's gar nicht mit. Wirklich gar nicht gecheckt. Weil es ist ja auch so, das Stadion ist ja dann nicht so extrem laut, wenn sich nur der Auswärtsblock freut. Klar. Wie wenn sich das ganze Stadion freut. Deswegen dachte ich jetzt so, okay, irgendwas war vielleicht, wo sich jemand aufgeregt hat oder sowas. Und die neben mir so, sie haben es auch nicht mitgekriegt. Die haben auf meinen Burger geguckt. Die haben mich auch auf meinen Burger angeguckt. Ja, haben wir das Tor verpasst. Fahrzeugzieher. Ich hab nur gesehen, manche Leute. Fahrzeugzieher. Ich so, hey, verarscht mich doch. Was für ein Fahrzeugzieher. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr funny. Ich hab ein bisschen zu tief ins Glas auf jeden Fall an dem Tag geguckt. Auch schon im Stadion, weil wir halt um 5 Uhr schon angefangen haben, Bier zu trinken. Kann man sich halt dann fast denken, wenn man zwischendurch nichts Normales trinkt, dass es in eine bisschen falsche Richtung geht. Wir hatten ja im Zug vorher einen Sitzplatz, wo wir uns dann umgesetzt haben. Und ich hatte extra noch eine Flasche Wasser dabei. Aber ich hab die auf dem alten Sitzplatz liegen gelassen, die Flasche Wasser. Das hab ich auch erst abends gecheckt, als ich im Hotel war so. Scheiße, Digga. Hätte ich mal irgendwas anderes zwischendurch getrunken. Nach dem Spiel mit Schmitzi und so getroffen. Runtergelaufen in die City. Erstmal zu Schmitzi nach Hause. Hab kurz meine Dateien schon mal hochgeladen. Hab da noch ein Bierchen getrunken. Kurz Bundesliga geguckt. Ab in die City gegangen, ins Handfass. Da ging's schon ab. Voller Laden. So geil, wirklich. Der Laden ist einfach geil. Klar, da läuft Schlagermusik und alles Mögliche. Aber ist geil. Das ist mir doch egal. Ja, ich weiß. Mir ist es egal. Wir laufen von Schmitzi zum Handfass. Ich ruf nochmal Sabrin, wollte fragen, ob alles okay ist. Der sitzt im Auto mit Terrence Boyd und sowas. Wir reden so kurz, weil Terrence ja vorher gesagt hat, oh, meine Glatze scheint heller als die Züge von Hertha. Und ich sag sozusagen, ja, wir gehen auch ins Handfass und so. Und Terrence Boyd dann so, ah, das ist doch so ein Schlagerklub und sowas. Er hat's gefeiert. Er hat's gefeiert. Er meinte, was? Er meinte so, was? Ist voll der Schlagermusik? Er hat einfach nur gefeiert. Er hat einfach nur gefeiert. Er meinte so, dicker, geile Jungs, hat er so gesagt. Wirklich. Er meinte, geile Jungs, wo die hingehen. Er hat wahrscheinlich das einmal gesehen gefühlt. Und der hat ja seinen Ruf dann trotzdem der Laden so. Ja, klar. Muss er ja haben. Da ist ja full. Da sind alles voller Lauternfans danach. So alle so zwischen 18 und 30, würde ich sagen, so in die Richtung geht da hin. Full. Oben wird dann später ein Club aufgemacht. Oben ist dann auch noch ein Club. Ach, wirklich? Ja, unten ist halt so Tische, Bars und man bestellt immer so ein Meter Bier. Ist das so ein Meter? Und da sind so 20 kleine Bierdinger drin. Boah, das ist aber krass. Ja, aber das Problem ist halt, jeder kommt immer, Benji, lass mal einer trinke. Hier hast du einen. Dann immer, Ex, aber Ex. Der Erste wird geexed. Dann nimmst du dieses Glasding, zack, stellst es hier so rein. So. Und dann halt, plack, weg damit. Und das halt die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit. Und ich war ja schon rotzevoll. Wir haben ja noch in der S-Bahn diese scheiß Wodka-E gesoffen. War ja schon wirklich, hat schon gescheppert. Das wäre dann nicht mal ein Becher, das waren sogar zwei Becher mit 40, 60 gefühlt. War ja schon so, ja, vielleicht vier, drei oder vier sogar. Wie viele Gläser meint ihr jetzt in der Bahn? Nein, in der Bahn, in der S-Bahn. In der S-Bahn. Ja, heute Morgen haben wir schon drei, vier Wodka-E getrunken nochmal. Drei sogar. Drei, glaube ich. Krass, da kann ich gar nicht mehr dran erinnern. Einmal, oder zwei? Zwei. Zwei. Am krass... Stimmt, die eine Gruppe hat mir ja auch schon mal Wodka-E gebracht im Zug, ne? Die sagen so, Benji, komm, trink da noch 1.1 oder sowas. Digga, die Leute wollen immer, dass ich saufe. Habt ihr das gesehen? Bei Hamburg-Hertha kommt der auch so. Hertha-Hamburg, Benji, ich wollte, du musst auch deinen Alkoholkonsum unterstützen. Jungs, was soll denn das? Aber da hab ich nicht getrunken. Ja, dann waren wir halt... Was? Ich hab einen Sip genommen und hab's dann weggestellt, so. Ja, ich dachte mir so, ich kann jetzt nicht, wenn der neben mir steht, nicht trinken, so. Der hat sogar mit mir angestoßen. Ja, auf jeden Fall waren wir dann abends im Hanne-Fass. Also, es war sehr, sehr funny. Konnte ich auch noch ein paar Leute filmen, die sowas zum Spiel geschrien haben, so ein bisschen. Ja, ja, sehr, sehr funny. Ja, hat schon auf jeden Fall gebockt. Aber irgendwann abends war ich so tot, Freunde. Ich war seit 4 Uhr wach. Ach, ich bin dann, musste dann nach Hause gehen. Hab mir noch was zu essen geholt. Ja, bei so einem Chickenladen, wo ich letztens mal dachte, der war ganz gut. Hol mir so 12 Hot Wings. Denk mir so, geil, eine Portion Pommes, so zwei scharfe Soßen dazu noch. Ich denk so, knallt jetzt. Ich leg mich schön ins Hotel, guck Medical Detectives oder so und schlaf ein. Morgen um 8 klingelt der Wecker. Easy. Lange genug, 8 Stunden Schlaf, sollte reichen. Habe halt nicht überlegt, dass ich halt den ganzen Tag schon gesoffen habe mit dem Bildern, ne? Und bin dann im Hotel und denk schon so, oh, gar nicht mehr. Da waren natürlich Hot Wings noch drei, drei Stück reingescheppert und hab einfach gemerkt, wie ranzig die waren. Die waren richtig ranzig. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, weil die will. Aber ich kann nicht mehr. Ja, wirklich. Wirklich, ich hab mir schon immer so, scheiße, Alter, mein Magen und so, nee. Und muss schon richtig doll auf Toilette gehen. Einmal hat sich schon angekündigt, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, der hat sich was aufgebaut. Ey, schön, dass du es überlebt hast, auf jeden Fall. Ja, dankeschön. Auf jeden Fall bin ich dann halt, hab versucht zu schlafen, konnte nicht richtig einschlafen. 20 Mal wach gewesen, die Nacht richtig schlimm. Fenster aufgemacht, weil es so heiß war, wieder zugemacht. Es war Schwitzattacken des Zons. Boah, das war wirklich. Ja, aber gefühlt wurde ich da krank oder so, weil es so kalt war da draußen und so. Aber genau so habe ich mich davon gefühlt. Ich hatte nur drei Bier getrunken, Digga. Ich hab mir nur drei Bier getrunken. Oder vier. Ja, ich konnte kaum schlafen. Morgens wach ich auf, schon halbe Stunde vor meinem Bäcker. Ich denk so, Digga, ich kann nicht mehr. Ich war schon so oft wach heute Nacht. Wirklich gefühlt kaum geschlafen. Bin immer wieder wach gewesen. Und merkst du, mein Mann, geh so aufs Klo. Voll gekotzt, Digga. Ja, ja, klar. Zwei, dreimal ins Klo gereiert. Stark. Mir ging es richtig kacke. Mir ging es richtig scheiße. Sehr gut. Fuck, ich kann nicht mehr. Aufgestanden. Duschen gegangen, schon unter der Dusche mal so gestanden. So, aua. Und ich dachte mir, das war bestimmt wegen dem Chicken. Ich stehe neben dem Alkohol. Natürlich war es wegen dem Alkohol. Hundertprozentig. Nein, nur Alkohol. Und ich, meine Sachen gepackt. Meine Sachen gepackt, zum Bahnhof gegangen. Hast du mich vergessen auch? Ich hab mein Mikrofon bei Schmitzi vergessen. Okay, immerhin. Und ja, bin dann zum Bahnhof. Das kleine Chicken. Und morgen geht's nach England. Das DJI-Ding, nein. Soll ich dir meins geben? Na, scheiß drauf. Das hat ja gut auch ohne funktioniert bei Hertha. Was hab ich dir aber gesagt? Ja, hast recht. Ich mein, das Ding ist gestört. Also, Freunde, diese DJI-Cam, das ist eine gestörte Cam, die wirklich krank Ton aufnimmt. Ja, DJ Osmo Pocket. Du hast richtig geil vorne, hinten. Du kannst, ich konnte nämlich hier mal so richtig, oh mein Gott, was soll ich tun? So reinzoomen. Und du hast richtig, alles. Ja, der nimmt ja von vorne, hinten, links und rechts auch auf. Aber ich hab nur vorne und hinten eingestellt. Auf jeden Fall, ich steig in die Bahn dann, Mannheim, fahre nach, also nach Mannheim aus Lautern. War schon so, oh, im Zug so, nein, was jetzt Zugfahrt. War so richtig fertig. Zum Glück hab ich einen Zug früher genommen, gekriegt, aus Lauter nach Mannheim, dass ich dann in Mannheim auch nochmal einen Zug, ein ICE früher nehmen konnte. Und ich hatte zum Glück ein Flex-Ticket, weil ich einen Tag vorher gebucht hab, war das eh so teuer. Und, ja, ich wirklich Zugfahrt einfach die ganze Zeit nur geschlafen. Nur geschlafen, einmal noch richtig, richtig knapp davor gewesen zu kotzen. Im Zug, zu Hause angekommen, einfach den ganzen Tag im Bett auf der Couch gelegen und heute Nacht geschlafen. Ich hab so Rückenschmerzen, weil ich so viel gelegen hab. Was lernen wir da draus, Freunde? Alkohol ist nicht euer Freund, der ist euer Feind. Ihr habt zwar Spaß die Zeit lang, aber danach geht's euch richtig, richtig beschissen. Also achtet immer drauf, dass ihr nicht zu viel trinkt, auch mal zwischendurch Wasser. Kennt eure Grenzen, weil ich hab dieses Wochenende jetzt wirklich wieder asozial im Kopf und denk mir nächstes Mal, nee, mach ich nicht nochmal. Also mir ging's richtig, richtig dirty. Richtig dirty. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns wieder, Zeitdorf! Ey, an dieser Stelle auf jeden Fall Kuss an Oskar. Das war nämlich dir aus dem Zug. Der hat gerade ein paar Mal in den Chat reingeschrieben. Ich meinte, wo bist du bei deinem Teil? Und so, er ist da auf jeden Fall. Wir küssen dein Herz. Danke für den Support.